...4.800 auf der rechten Seite. 11.800, da gibt es mir 12, haben wir 12, 12 auf der linken Seite, 12.000 Euro, 12.200 Euro für diesen Aufnahmebohlen, 12.200 Euro, 12.400 Euro auf der linken Seite und 12.600 auf der rechten Seite. 12.800 Euro auf der linken Seite und 13.000 auf der rechten Seite. 13.000 Euro sind auf der rechten Seite, 13.200 Euro kommen von links, 13.400 Euro kommen von rechts. 13.600 Euro, 13.600 Euro dort, 13.800 Euro auf der rechten Seite. 13.800 Euro, 14.000 Euro links, 14.000 Euro, was ist rechts, 14.200 Euro. 14.400 Euro, 14.400 Euro auf der linken Seite, 14.400 Euro, 14.600 Euro sind es rechts, 14.800 Euro sind es links, 15.000 Euro rechts, 15.000 Euro rechts, 15.000 Euro zum ersten, 15.000 Euro zum zweiten. Niemand mehr und keiner besser als 15.000 Euro kaufen. Verkauft werden für 15.000, die Katalog Nummer 21. Ich höre nichts. Verkauft. Vielen Dank, Leute. Ich bin hier in Luxemburg. Vielen, vielen Dank. Heute, wir arbeiten mit nur aus Schwarz, Frankreich, Luxemburg. Die Konferenz schon gute Bullen. Und sagen, das sind internationalen Vorstags-Tourleute. Katalog nur noch 14. Ich denke, es ist eine Marke.